Geh ihm! Was? Okay, dann holen wir uns es doch. Mal gucken, ich zerleg's nicht gleich mit einer Attacke. Das war so mein Level-up. Ähm. Ja. Ja. Okay. Den ersten der drei Legendern-Vogel. Der die das erste. Grrrrrrrr. Es ist eine 50. Ich hab irgendwo noch Safe-States. Warte mal kurz. Das normale Laden dauert mir zu lange. Safe-Game... 1. Ach komm. So, jetzt ist wieder gut. Ja? Gut. Kreuzi tötet dich. Natürlich ein bisschen schneller, ich habe vergessen. Ich nix gut. Das war übrigens keiner, glaub ich, ich glaub. Aber Kreuzi... Was? Scheiße. Na mit deinem Weg geh nicht, du dummes Vogelfied. Scanner. Du schützt dich selbst, sieht die Attacke voraus und ich bin paralysiert. Scanner. Schluck fehl. Attacke fährt daneben. Es kostet mich zwei? Was zur Hölle? Ach, was hat diese epische Pokémon-Attacke, dass jeder Attacke zwei AP kostet. Oh mein Gott, der trifft natürlich wieder. Das ist nicht sehr wichtig. Fuß-Kick. Durchschnabel ist heftig. Das ist ne Vogelattacke, ne? Das ist... Aus. Da ist es vorbei! Da geht er down! Was soll ich empfinde ich in Blitz-Attacke? Nur mal so ne Frage. Was ist denn der echte Flug-Pokémon? Da ist es ein echter Flug-Pokémon. Da ist es ein echter Flug-Pokémon. Da ist es ein echter Flug-Pokémon. Der zweite Wurscht, aber ich werde tot. Nein! Er spielt mit mir. Und mit seinem Leben. Aber er spielt mit mir. Das ist das Wichtigste. Das war zu viel das Gucken. Und dafür nur 1.100. Ich habe auch nicht verstanden, ob es für die Pokémon nicht mehr gibt. So, versuchen wir immer gleich mit nem Mega-Kick anzufahren. Boah, da mit nem Scanner-Scheiß an. Ja, das sieht besser aus. Nicht gut, aber besser. Oh, das war's. Das war's. Nicht schön. Ist nicht schön. No, 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 no. Nicht schön. Ich habe weder was gegen den Riff noch... Flug. Naja, schon. Aber... Das scheint mich zu bringen. Warum... Warum war ich schneller? Ah... Er hat noch keine Agilität gemacht. Das müsste er überleben diesmal. Und... Oh... 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 Gleich mal rüber-switchen. Hyper-Ball. Das passt doch farblich. Pow! Es ist raus. Reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Der nächste. Ich mach noch mal ein Safe-State. Dass ich hier nicht so viele Überwelle verkleiste. Oder meine Corona-Aberstörung. Aber wie mir kann ich auch nicht tun. Ich könnte ihn noch paralysieren. Das ist richtig. Das werde ich jetzt auch tun. Ach... Also wenn du mit mir spielst, dann spiel ich auch mit hier. Ich muss unter 10 Leben haben. Und weiter geht er nicht weiter. Tschüss. So. Ja... Wir spielen mal das Paralyse-Spiel zweimal. Ich könnte es noch mit Hypnose versuchen, aber... Es ist definitiv nicht zuerst dran. Ah, Vogel-Pokémon. Hat auch so ein bisschen Vorteil, ne? Er ist so schlau. Er ist so schlau. Wie süßes schlaues Pokémon. So. Diesen Zustand... Packen wir auf... Safe-State 2. Ich weiß nicht, ob ihr mich eigentlich immer hört. Zu, ähm, wenn ich gerade im Menü über noch die Safe-States mache. Hm, das hat doch... Natürlich. Das läuft jetzt halt so. Mir kann ich auch nicht tun. Weiß was? Was? Zeitsprung? Zeitsprung. Ich beschreib nochmal den Safe-State hier. Dann... Äh... Safe-Game. Das ist voll sicher spannend. Ich finde das nervig, dass die so sau schön zu fangen sind. Das ist doof. Und? Nein. 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 Und sonst so, Leute? Das ist ein bisschen... Frames mag es irgendwie nicht, wenn ich die Vorspultaste benutze. Dann geht auch 30 Frames runter und dann leckt das ganze Spiel. Es tut mir leid. Es ist nicht schön, ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ach, komm schon. Leinsam verdiene ich die Geduld. Mit Vorspultaste. Na komm, geh aus diesem scheiß Leggy-Mode raus. Ja, schön. Zapdos wurde gefangen. Oh yeah. Eines der legendären Vogel-Pokémon. Beim Fliegen macht es knackende und schnappende Geräusche. Du lernst erst das Fliegen, dann lernst du noch einen Blitz. Und du bist meine... Bist du... U... S... V... V. V. U ist V. Der wird in Box 2 gelagert. Bitch is high as fuck ist wichtig und shit. So, wenn wir sowieso schon... Oh. Bei Safe State sind. Dann würde ich gerne noch gucken. Fallen wir da runter? Ah, okay. Lass wir kämpfen. Aber das Pokémon, was ich wollte, das gibt es doch hier, oder? Oder? Keine Rücken. Alles sowas. Das hat hier sowieso keinen Sinn mehr, nur mit Rübe rumzulaufen. Ja, tatsächlich. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Tschuuu. Tschuuu. Willkommen in Pokémon 7.1. Deine Pokémon machen sie wieder fit. Einen Moment bitte für die Abhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Tada! Schöner Punkt, um Schluss zu machen. Fürs Erste. War spannend, war interessant und ja, das war eine schöne Aufnahme. Hat mir gefallen, war sogar ziemlich langsichtig gerade auf der Uhr. Egal, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten, wenn es heißt Let's... Ach, der Leck muss da noch sein, oder? Scheiß Spiel. Egal, wir sehen uns beim nächsten, wenn es heißt Let's Play Pokémon Feuerrot. Tschüss, Leute.